Schau mal Schieß dich ab Geh mal in das große Haus Ich würde sagen mein Westview Trading Outpost Päckchen Kann ich mir mal in meinen Arsch schieben, ne? Ist voll geil wie du manchmal in die Häuser geil reinspringen kannst, ne? Was ist denn das für ein Scheißhaus? Hier ist ein Bücherregal Ist gar nicht Ammo und Shotgun Frame Ich kann nix mitnehmen deswegen Das Mattress is officially the worst thing I've... Ah Was? Was? Was ist die da? Die Matratze ist offiziell das am übelst riechende Ding seit dem... ja seit der Abkarypse Und wo steht das? Auf dem Boden Oder was auch immer Mattress heißt, ich wollte jetzt mal auf Matratze... Ja? Ja? Ich denke mal das stimmt schon ein bisschen wieder raus vom Haus Ja? Ich stehe hier unten Ach! Das ist ne Karawane Ist ne Karawane Wohnwagen Jaaaa Attacke 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 Hast du dir jetzt gesnackt? Alles Älter sich, ich hab keine Uhrensonde... Du hast nicht mal ne Knarre! Oder hast du? Doch, ich hab ne Knarre dafür Achse Oder hast du mal hier oben vielleicht drauf Alter, ernsthaft? Jetzt hab ich diesen weißen Kreis vom Surgeon die ganze Zeit bei mir Das ist voll das Fadenkreuz Sag ich mal SK Faden... Fadenkreis ist das Das ist der Fadenkreis, Alter Der Fadenkreis des Todes ist Genau Genauso dünn Loot, 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 Loot Loot, Loot, Loot Was ist drin? Er ist search doch jetzt! Was ist drin? Was ist drin? Boah Boah, gar nix, geil! Oh ja! Uh! Uh! Ja, Mann! Boah, geil! Alter, ich brauch übelst Essen, Junge Ich spring hier einfach gleich runter Da unten ist ein, ähm, ein Dingswagen, in dem Loot drin ist Wollen wir uns mal umbringen? Ne, wieso denn? Gegenseitig, einfach Kopfschuss Aua Ich bin noch zu weit runter gesprungen Ich darf mal klar auf den Haus, äh, Stücken da stehen Hat aber nicht geklappt So geil, das hört sich an wie wenn du Tempo zerreißt oder so Was? Bandages nehmen Ah Ja, der zerreißt die halt einfach und lass euch nehmen Ey, soll ich dir was verraten? Bist du, ist okay? Gerade immer nochmal neun Millimeter Ammo gehör von zwei Stück im Krankenwagen Alter du, alter Guns So, jetzt finde mal den logischen Punkt, wieso man in einem Krankenwagen neun Millimeter Ammonie finden sollte Weiß da jemand hingetan hat Ja, es... Ja? Und ein Pistol Frame und ein Pistol Barrel Das finde ich gut Brauche ich aber nicht Du kannst ja eine Pistole machen sie für 5 Geld verkaufen Ja, du bist... Bist du auf der Straße? Ich bin auf der Straße, ja Siehe ich neben mir Ich seh's aber nicht Ich seh dich nicht Bist du oben auf der Straße? Nee, unten Ah, da haben wir den Punkt Okay, ich komm... Ich wird zum Crawler getötet Richtung Sonne Unter Ja, du siehst mich doch auf der Kalle Naja, Richtung Sonne halt Bist du oben auf der Straße oder wie? Ja Ich komm jetzt runter Gleich Wenn sie runter geht Ich warte dann unten Wollen wir... Dumm hin und her laufen? Oder irgendwie gezielt wohin? Dumm hin und her laufen finde ich gut Ja, wird uns doch Ich lauf jetzt rechts... Rechts will ich von dir erscheinen Da bist du! Das ist ein springender Vollhorst Oh! Heli! Päckchen! So! Bestimmt irgendwo gibt's Päckchen Da! Nein! Hier! Nein! Kies! Schick dich! Zwei mal Kies! Hast du eigentlich noch welche? Hast du noch welche? Nee Scheiße Ich hab auch schon überlegt ob wir uns irgendwann mal Campen wir uns Ähm Um den Lakeside Trading Outpost Und wir ficken alle neue Kombin-Spieler Ich find sowas mega assi und anderes machen Deswegen mach ich das einfach mal nicht Spawn-Camping betreiben Komm geh mal zum Lakeside Trading Outpost wieder Ist halt sinnlos random irgendjemand zu killen weil Das bringt dir nicht Weil es nervt Ja doch der lässt Geld fallen Ja wenn du aber als Sniper irgendwo oben hockst und einem weiß nicht 200 Meter Entfernung jemanden killst dann gehst du ja nicht runter und lootest den erstmal Natürlich Ich geh immer als Sniper im Nachkampf Bestimmt Quickscope dann einfach Ja genau ich quickscope die alle weg hier 360 Headshot Alles natürlich no-s Gleich mal bei Youtube gucken Never Trickshot Never Trickshot Genau Alter ist ja so ein reiches Reichtsverficktes Arschloch Das Never Trickshots macht Äh hier Ich weiß nicht ob du bist Aber in dem Haus ist was zum Loot Ja aber ist einem gelockt Achso ok dann bin ich halt behindert Ja ist mir auch egal Bin ich halt behindert Ja Standard wa? So kenn ich dich So kenn ich dich Alter die Stadt sieht aber geil aus Ist das die Zitarelle? Ich glaube Wir müssen gleich nur links grad auslaufen Ich fand es mal geil An einem Loot Drop habe ich Friend die Leute gefunden Dann kam einer vorbei Hat sie alle umgenockt Wirklich? Ja Niemand hat was gemacht Wir waren zu 5 da chillen Und äh haben wir halt gesagt Ja der ist looted Der Der wäre hellz halt ne? Mhm War übrigens nicht in der Aufnahme Und ähm Dann kommt einer vorbei Und lockt alle um Nett Alter warte mal Du latscht ja vorne schon Bin hier hinten Unter der Kackpuss Ich will da zum Outpost gelangen Woah Alter Erschreck mich halt Alter wie du mich erschreckst gerade Warte mal ich schieß jetzt Alter Verzieht Ist da ein Typ? Ist da ein Typ? Utsi Wo es geht Die ist ganz geil Ist da ein Typ oder was ist da? Ja der ist halt irgendwie grad gestolpert Und deswegen hat also Die Sicht war total schräg Hä? Bist du grad eben gestolpert oder wie? Da ist ein Crawler Da ist ein Crawler Ja der Typ Ich hab so gezielt Und da ist er irgendwie voll Da hat er drum gewacken Also du selbst oder wie? Nein Schon mein Charakter Aber nicht irgendwie weil er die Waffe verzieht Sondern weil er behindert ist Geil Hä? Hä? Kannst du jetzt mal entscheiden? Was macht denn der? Aua Voll behindert der Mongo Der war ja echt geil Der war echt Wir stehen so hin und her Und hin und her Yo Voll geil Der wollten einfach zu viel haben Genau so bin ich in Black Ops auch immer Weißt du? Zwei Gegner und ich schieß einfach in die Mitte zwischen beidem Ja Geht mir auch so Oder schießt halt beide mal an Aber killst keinen Ja genau beide anschießen bringt einen eh nix mehr Er kann schön nach Hilfe bei Kill oder so Zumindest ist es bei Battlefield so Ja Aber wenn die gekillt werden Aber bei mir werden die ja nicht gekillt Safe Zone Ja Bist du da? Ja geh weiter nach rechts Ah ok Dann bist du automatisch in der Safe Zone Naja als gedacht Geht halt auch um drum Die Lakeside Safe Zone ist doch mega riesig Ja Naja das ist die Haupt Safe Zone eben Ja Ja Wir müssen zum LZS Oh ich hab ein 50er Barrel für den nächsten Sniper Oh ich hab vergessen zu gucken welcher Trader Green Trader hier Theoretisch müssten wir jetzt auch aufhören Mit was? Ja Wir zocken oder wie? Ja Nein Mach ich allein weiter Twitch Wo ist Vlad? Wo ist der Grüne? Das kann ich mir jetzt erstmal fressen hier Ja Ja Von dem Geld das ich gemacht hab gleich wieder ausgeben Hantiert sich eigentlich überhaupt Das ist da hinten ist Vlad sein Shop Ok dann gehen wir da mal hin Aber die UC geht eigentlich muss ich sagen Wie ist relativ Ja Hm Also für den nächsten Sniper bräuchte ich Hab ich einen Staff für den nächsten Sniper wenn du willst ne Ok naja ich hab ja auch noch einer Einen Sniper Hm Alter hier steht ein Kampffinfleitung Oh ja der hat was geworfen Oh ja das nehm ich mir Oh Der hat sich gar bestimmt bekackt Chill brudia Da guck mich nicht so an Bin dann einfach voll hingerannt Oh wenn jetzt hier Under Attack einfach so kommt das wär so geil Dann ist Schießerei los Ja man Dann gehts hier übel zur Sache Ich hab 6 Shotgun Frames Würde ich aber feiern Ich hab 6 Shotgun Frames Groovy Hm? Ich hab 6 Shotgun Frames Ich teile mir mal die Muni so auf weißt du so ein Großteil leg ich in die Kiste rein damit es dann safe ist Ja Ich hab auch total viel Muni in der Scheißkiste hier Ja ich grifte mir jetzt nen neuen Sniper Also insgesamt bestimmt 300 Muni hab ich hier liegen 300? Ja Gesamt so alles Bei mir sinds noch Bei mir sinds vielleicht 150 oder sowas 150 bis 200 höchstens Ich wusste ja am Anfang nicht dass es ein Global Inventory gibt ne Ja Also das heißt schon aber ich dachte der wär halt ähm Anders da Ja Also vielleicht mal einen Laserblut Der Sniper sieht so scheiße aus Wie der billige Sniper aus Black Ops Hood also der richtig billige Genauso sieht der aus Wie damage macht der? 700 700 fucking Schaden ne Ja Der Sniper Echt? NUR Ist doch ne Verarschung Da fehlt bestimmt ne 0 Hä die Sniper die macht 700 Ja hab ich doch gesagt Ach ich hab 100 verstanden Nein 700 700 Ah 700 du Stinker Ja alter ich dachte schon 100 geht der überhaupt nicht 100 Schaden Ok hör mal auf Was? Hören wir auf Neee Ne ne Ich muss aber Ne 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 Musst du nicht Ok warte ich geh noch zu dir einen Typen der diese Zigaretten und sowas annimmt Noch ein bisschen Cash und Xper Hier noch einen rauchen Junge Weißt du wo der Typ ist? Ja Gibt's hier einen von denen? Ja den gibt's sogar nur hier Ne Soweit ich weiß Zumindest hab ich den noch nirgends anders gesehen Im anderen Outpost gibt's den auch Ach der ist hier drinnen Im ähm Highrise Outpost gibt's den auch Ok na gut Highrise Geil man kann NeverSkin gegen Pillen tauschen Echt? Ja 5 Skins gegen eine Pille Naja gut das ist aber relativ feuer schon Das sind halt Pillen Jo Wow Alter geile Seife ne Das eine Mal bin ich mit Für 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 First Aid Kits rumgelatscht Und eins heilt 400 Ja Und dann bin ich gestorben Cool story bro Interessiert mich jetzt Interessiert mich jetzt voll aber geiler Scheiß Naja irgendwie kann ich ja einfach gar nix traden grad Muni NICH Ah ne du musst drinstehen Ich steh hier doch Aber ich hab anscheinend nicht Den Staff den er will Ich klei den gleich ab Du alten Geschmack hier Dummer Spaß Fickser ey Tausch mir Dummer Spaß Wann ist dir mal aufgefallen? Dass hier überall in der Welt so Zwerge rumstehen rumliegen und so solche Gartenzwerge Ne Dann bist du offiziell Behinder Darauf achte ich jetzt eigentlich nicht so ganz Das ist aber echt so Dann hast du geraucht Alter dieser eine verfolgt mich hier Wie ist ich jetzt? Der Gartenzwerg Die verfolgen mich alle Guck mal Alter die sind alle von einen Tribe Die wollen mich Hier Oder die kennen mich Alter ich bin Alter Junge ich bin so fame ne Weißt du also Ich schreib jetzt in den Chat Ich schreib jetzt in den Chat Ich bin so fame Alter Ich schreib jetzt alimpewdiepie Da ist ein einziger steht da neben dir ne Ein einziger Wir waren grad fünf Die stehen da hinten Die machen da hinten fette Party Und ich hab jetzt geschrieben alimpewdiepie Das war jetzt voll nötig ne Ja klar ich fühl mich jetzt geil Ich fress grad richtig geil Dosenfutter So wie die mir hinterher latschen Muss ich ja bitte bei sein Äh Ich würde jetzt Sachen einsammeln Und dann zum Westview Outpost laufen Wie gesagt ich muss jetzt aufhören Ja mach ich unnötig weiter Kein Bock ey mit dir Ich hab eh keinen Bock mehr mit dir zu spielen Ja du stinkst richtig Du bist so ein Spacken ey Ich hasse dich eigentlich Ja ich dich auch Ich geh jetzt auch einfach Nee Bleib noch kurz zwei Minuten für mich Denk an die an die Liebe An die Liebe die du nicht von mir kriegst Ach ja Riverside kannst du dir in den Hintern stopfen Ich will hier Ich will hier Deine Mom kannst dir in den Hintern stopfen Ich kack dir gleich in den Hintern ey Alter, wie das... Alter, ne? Diese Serverliste, wie einfach... Du bist einfach umschwacken. Oh, was ist mit der? Ja, die ist Gacke. G-Gacke! Geil, alles klar. Die ist Gacke. Die ist halt Kacke. Ich wollte irgendwie geil und Kacke sagen, da kann Gacke raus. Ja, so hat sich angehört. Aber geil ist er halt nicht, sondern halt Gacke. Du kannst hier nicht an Fallschaden sterben, find ich voll geil. Ich hab grad... In Safe Zones kriegst du keinen Fallschaden. Ich hab grad geboren. Gell? Hm? In Safe Zones kriegst du keinen Fallschaden. Sicher? Ja. Du bist schließlich sicher vor jedem Schaden. Ballert irgendjemand rum. Ja, irgendjemand ballert da rum. Ich guck grad mal aus der Safe Zones raus. Na? Ich er... ich erkenne aber gar keinen. Gubi? Ja? Ja, gut. Du stinkst. Alter, ich hab 6 Punkte zum... zum Verteilen. Geil. 1, 2, 3. Und da darfst du mehr leben, ne? 1, 2, 3. Bam. 2 mehr live holen. 2 mehr live holen. Hab ich 1 oder 2 Päcken für... für West... Westview? 1, 2, okay. Ich verfolge jetzt einen und töte ihn dann. Ich bin jetzt mal richtig assi. Ich bin jetzt mal richtig assi. Das war jetzt echt easy. Hast du ihn gekillt? Ja. Spieler? Ja. Warum? Einfach, weil ich Bock hatte. Du dummer Scheiße. Ich bin hier... ich bin hier eingelaufen, weil es... der ist so blöd. Also ernsthaft, das war jetzt echt dumm. Warte mal. What the fuck? Alter. Alter, Kubi. Ja. Ich habe 264.000 Geld. Was? Ich habe 264.000 Cash. Ich mach dir mal einen Screenshot. Was? Hä? Ne. Wollen wir kurz einkaufen gehen? Da weißt du, wie viel er dabei hatte. Ich will es nicht wissen. Alter, geh zurück. So nubig. Geh zurück in die scheiße XZ Safe Zone. Ich komme und... Ich bin schon... ich bin schon in der Safe Zone. Was? Wir kaufen uns jetzt Klamotten. Was? Was ist das denn? Saugeil! Die teuersten! Was ist das denn für... Am Ende ist es Innumback. Ja, oder es war ein Hacker. Ja, kann ja auch sein. Freue ich mich aber nicht übers Geld. Lass Klamotten kaufen, komm. Ja. Die sind... Unverschämt teuer sonst einfach. Ich kaufe grad noch neverskinnt Backpack, weil ich geil bin. Ne, Spaß. Genau, los. Ganz viel Backpack ins Verlager. Kauf einfach Backpacks für die ganze Safe Zone. Und sag, wenn sie dich abonnieren kriegen, seien. Das ist der Plan. Los! Wir gehen da jetzt auf jeden Server und ziehen das. Ja, so ist mein Erfolg gerade auf YouTube. Ja, ich kaufe euch Backpacks und sowas. Dann abonniert ihr euch. Ihr könnt danach auch ruhig de-abonnieren, das ist mir scheißegal. Aber ihr wart einfach alles. Ja. Genau. So wird man verirrt und gut auf YouTube. Aber scheiße, ich glaube ich spawne jetzt einfach irgendwo, weil ich bin ja nicht verreckt. Ich such grad ne geile Maske. Boah, Alter. Diese Netta-Maske kaufen wir los, für 5.000. Ich kauf mir gerade mal was. Alter, am Ende ist das nur ein Anzeigefehler. Ne, ich kann die Dinger nämlich kaufen. Alter. Ich kann halt roten... Entweder war es echt ein Hacker. Weil so viel Geld kann man nicht verlieren, das wäre ja abartig. Oder es ist einfach ein arschgeiler Bug. Welche Maske willst du nur haben? Die Netta-Maske. Wie sieht die aus? Ich kauf grad Schlüssel. Ja, man kauf ganz viele Schlüssel, das ist gut. Ist gut. Okay, nein. Äh, ich bin... Komplett am anderen Ende. Ich spawne nochmal neu. Bis gleich. Hast du, hast du grad ähm... Boah, weißt du... Wie geil ist das? 240.000 Cash hab ich jetzt. Leute, Let's Play ist fertig, tschüss. Spaß. Das wär's ja mal gewesen, ne? Ne? Ich will mal ne geile Halo-Maske behalten. Ich fand die echt nice. Obwohl diese gelbe Maske auch geil ist. Diese rote... Die rote Maske ist auch geil. Ey, Kubi? Ja? Ich hab grad vier, fünf Masken gekauft, einfach nur um sie kurz anzuziehen. Ich glaub ich hab grad eben irgendwie so 30.000 Geld ausgegeben. Ja, YOLO. Ne, was, guck mal, hat jemand den Chat geschrieben? Ja, guck mal, wir hatten keine Raum für die Crew. Sorry, sie ist hier. Ich brauch nicht die. Loll hat einen Hacker. Vorher heute hat er 5 Millionen. Dann hat auch ein anderer einen Hacker getötet. Ah. Schade, es gehacktes Geld. Egal, komm, das trotzdem wenigstens nur Klamotten kaufen. Ja. Damit die einfach geil aussehen. Oh, ich spawn immer übel weit weg. Spawn halt woanders. Voll die... Ja, ha, 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 ha. Blöd, ernsthaft. Weißt du, spawnst dann aber mal in gescheiten Orten. Nee, nee, du machst immer nur Kacke, ey. Ich save mir grad Rucksäcke. Die ziehen keinen Size Limit. Äh, keinen Size in der, in der, in der Kiste. Kann man sich denn alles schönes für Geld holen? Ja. Ja. Oh Gott, wenig Essen mit. Ich kauf grad mal ein paar Wasserflaschen. Naja, ich guck mal, ob ich mir irgendwie einen neuen Charakter machen kann. Ey, weißt du? Weißt du, wie wir das Geld halbwegs teilen könnten? Man kann man never nicht Geld geben. Ach, ich seh die Save Zone. Ich renne. Kann man never nicht Geld geben? Äh, nee. Ja lass halt nicht teilen, du. Eigentlich müsste man es echt ausgeben, weil ich kacke mit so Gag und Geld zu spüren. Mein Name ist es. E. Social. Eben nur Klamotten. Ja, bist du wieder, bist du wieder verreckt oder was? Nee, 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 ich komme. Ja, ich lad dich gerade in eine Group ein. Müssen wir doch jetzt nicht für das bisschen. Ich bin relativ nackst vor und ich komme jetzt. Social. Ich würde dir halt gern Geld geben, weißt du? Bitch. 224.000. Hm. Ist mir zu wenig. Hast du einfach den scheiß Sacker gekillt. Ja, der war ja mal so... Also, im Ernst. Du kannst es dir gerne in der Aufnahme angucken, ne? Das war das Easieste. Der Easieste Kill, den ich ever gemacht hab. Der Typ, der hat sich nicht... Der hat nicht mal irgendwas gemacht, der stand einfach nur dumm da. Ich kau grad Doktor. Ja, naja, Hacker sind halt nur. Ich kann dir so einen geilen Militär-Rucksack geben, wenn du willst. Jo. Ich will grad echt, ob ich einfach nur so Stuff kauf und auf den Boden schmeiße. Okay, warte, ich renne vor dich und du kaufst und droppst es dann, ja? Was? Sag dir, was ich haben möchte. Mhm. Ich werd geil aussehen, Alter. Richtig Attractive. Ja, ich warte auf dich. Sag mal, das war jetzt ne kleine Hilfe, dass wir jetzt Geld gekriegt haben. Dann können wir den gar nicht in den Shit machen. Ja, nenn wir es wirklich einfach mal Hilfe. Kleine, kleine Dezente. Warte mal kurz, bleib mal kurz stehen noch kurz. Friss mal das...